Nachtzüge in Japan. Während die meisten Japaner mittlerweile den Shinkansen bevorzugen, ist es immer noch sehr beliebt, den Nachtzug in Japan aus Nostalgiegründen zu nehmen. Sie bieten ein Einzelzimmer mit gemütlichem Bett und man kommt am nächsten Morgen pünktlich an. Die Videos, die über diesen Nachtzug im Internet kursieren, sind alle super viral. Aber ich möchte schauen, ob es sich wirklich lohnt, hier zu fahren. Das war die schnellste Dusche meines Lebens, weil ich wollte einfach da rauchen. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video fahre ich zum ersten Mal mit dem Nachtzug in Japan und wir nehmen tatsächlich die letzte Linie, die noch nachts regelmäßig fährt. Sie heißt Sunrise Settel. Natürlich gibt es hier auch die Vending Machines, aber gleich vier, denn man braucht viel Auswahl für den Zug. Vor allem auch so Heißgetränke. Ich fahre tatsächlich nicht alleine, auch wenn es gerade so aussieht. Ich fahre natürlich mit meiner Kamerafrau. Fee. Und dadurch eröffnet sich für uns die Möglichkeit, euch zwei verschiedene Bereiche zu zeigen, denn wir haben zwei verschiedene Tickets. Genau, also ich habe das normale Ticket. Falls ihr in Japan seid und mit dem JR Pass reisen wollt, könnt ihr quasi auch damit mit dem Nachtzug fahren. Das ist inklusive. Ich werde in einem Einzelzimmer in einem Bett schlafen, wo man dann auch sogar duschen kann auf Zeit, aber wartet darauf. Das wird bestimmt Lust. Der Nachtzug fährt die Strecke von Izumo nach Tokio und hält an den großen Stationen wie Osaka und Kyoto ein. Wir steigen natürlich erst in Osaka ein, weil ich in Osaka sehr viele coole Videos gedreht habe. Checkt die gerne aus. Fee, erzähl nochmal ein Funfact. Wie sehr lieben Japaner Züge? Schaut euch mal die Emojis an und habt euch hier gefragt, warum es so viele Zug-Emojis gibt. Weil die Japaner die machen und die lieben ihre Züge. Und jedes Zug-Emoji ist ein anderer Zug, der auch in Japan fährt. Okay, aber jetzt sind wir 20 Minuten vor Abfahrt. Wir sind ganz, ganz gespannt. Gebt dem Video jetzt schon gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr auch auf Züge steht und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich möchte euch was Unangenehmes erzählen, aber wiederum auch nicht. Der Zug kommt zu spät. Acht Minuten habe ich jetzt das zweite Mal in einem Monat erlebt. Beim ersten Mal ist das ganze zwei Minuten zu spät gekommen. Und das ist ein bisschen unangenehm, weil die eigentlich bekannt sind für ihre Pünktlichkeit. Aber wenn sie morgen früh in Tokio pünktlich ankommen, ist wieder alles okay. Dann ist wieder alles wett. Aber was beschwere ich mich über acht Minuten? Das klingt für die Deutsche Bahn eigentlich wie pünktlich. Okay, der Zug fährt gleich ein. Alle sind gehypt und haben die Kameras bereit. Auch ich. Das brauche ich als Thumbnail. B-Klasse, immer noch. Ganz typische japanische Enge. Ich kriege ein bisschen so die Kapsel-Hotel-Vibes. Komm rein. Ach, das ist das Zimmer von Harry Potter. Ach, das heißt Einzelzimmer. Wow, das Fenster ist riesig. Hier können wir nochmal einen Ausblick auf Osaka haben. Ich komme gerade nicht drauf klar, aber ich habe einige Videos dazu geguckt und ich dachte wirklich, dass ich ein sehr großes Zimmer habe. Natürlich kann ich mich nicht beklagen, aber ich verrate euch mal ein kleines YouTube-Geheimnis. Und zwar, warum das immer so groß aussieht auf YouTube-Videos, ist wegen dem Weitwinkel. Eigentlich ist es tatsächlich nur so ein sehr, sehr schmales Bett. Ich würde sagen, das ist nicht mal 90 Zentimeter Standard, sondern so 80. Für das Verständnis filme ich euch einfach mal, wie meine Katerin und Kamerafrau gerade rumsteht. Hi! Wie gesagt, hier ist eine Matratze. Hier kann wahrscheinlich jemand, der zwei Meter groß ist, schlafen. Und, oh mein Gott. Ein japanischer Schlafanzug ziehe ich gleich ab. Ansonsten ist hier nicht viel. Hier ist ein Fensterbrett. Hier ist noch ein kleiner Platz zum Abstellen. Ein Kleiderbügel, falls es euch zu hell ist, vor allem dann am Morgen und vor allem wie in den ganzen Bahnstationen, runterziehen. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Hat irgendwas Altes. Rauchen ist natürlich strengstens verboten. Dann ist da oben Licht. Wahrscheinlich kann ich das ausmachen. Nacht. Ah. Raum. Oh mein Gott, der ganze Raum ist zu. Und hier gibt es halt noch einen Nachtmodus, was auch kein großer Unterschied ist. Dann gibt es hier auch eine Uhr und man kann auch einen Wecker stellen. Also, schon praktisch. Aber dafür habe ich ja mein Smartphone. Und dann gibt es auch eine Heizung. Die ist gerade aus. Ich denke, ich werde es ja auch auslassen. Es ist relativ gemütlich hier drin. Und ja, mehr kann man zu dem Zimmer eigentlich gar nicht sagen. Da ist noch ein guter Spiegel. Es gibt sogar ein Guckloch, falls jemand klopft. Hallo. Feueralarm. Man kann auch im Notfall mit irgendeinem Personal sprechen. Hier gibt es nochmal so einen Informationsplatz zum Zug. Und was ich hier direkt sehe, ist, dass es zwei Orte gibt, wo man duschen kann. Man muss sich erstmal eine Duschkarte holen, um in den Duschraum zu gehen. Ich mache kurz noch einen Liegetest. Und ich kann ja jetzt schon sagen, weil ich eine Weile hier auf dieser Matratze saß, es ist nicht die weicheste Matratze. Und jetzt, wo ich hier so liege, denke ich, jemand, der zwei Meter groß ist, würde hier nicht reinpassen. Da ist mein Kopf. Und hinter meinen Füßen sind vielleicht 20 Zentimeter. 1,80 ist die Grenze. Wie gesagt, die Matratze ist super hart. Die ich auch nur so dick. Oh mein Gott, ich hatte mal eine richtig schlimme Erfahrung in einem Tokio Airbnb. Da habe ich geschlafen und dann hatte ich voll den roten Rücken und dann auch so jeden Tag Rückenschmerzen. Und ich habe mich wie so eine Oma gefühlt mit Rheuma. Vielleicht seht ihr das auch in der Kamera, aber das Glas von dem Fenster ist sehr besonders, damit das Licht, was draußen scheint, nicht so knallt, sondern so verschwommen wirkt. Damit man wahrscheinlich besser schlafen kann. Es ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich auf der Seite fahre, wo ich morgen früh den Mount Fuji sehen kann oder nicht. Ich hoffe ja. Mit dem Koffer ist es natürlich ein bisschen eng, aber ich denke, ich werde noch einen Ort finden, wo ich den hinstellen kann. Ansonsten halt die Ecke, wo eigentlich meine Mülltüte ist. Okay, in diesem Zug wird echt an alles gedacht. Gehen wir mal den gesamten Zug erkunden. Hier kann ich dann meine Zähne putzen. Hier haben wir noch ein Gemeinschaftszimmer. Ich bin hier nämlich nicht alleine. Da steht, wir sollen leise sein. Aber der Zug ist so laut. Verdammt! Duschen ist ausverkauft. Habt ihr das schon mal erlebt, dass Duschen ausverkauft ist? Wer hat hier meine Duschkarte genommen? Vending Machines gibt es natürlich auch, aber nicht so viel Auswahl. Wasser, Grüntee, Cola. Ich bin jetzt hier im Waggon 11 und es sieht so aus, als wären wir im Bereich der größeren Doppelzimmer. Aber die Türen sind alle zu, denn es ist wie erwartet ausverkauft. Deswegen werde ich da jetzt nicht heimlich reinfilmen. Toilette ist keine japanische Toilette. Sieht aus wie eine normale deutsche Bahntoilette. Ne, sieht sogar eher aus wie eine Flugzeugtoilette. Bin ein bisschen enttäuscht. Und hier sitze ich im Gemeinschaftszimmer, einsam, alleine, ohne Essen und Trinken. Ich habe tatsächlich nichts zu essen mit, weil die Convenience-Stores in der Bahnstation schon zu hatten um 9 Uhr. Oha! Sonst haben sie 24-7 auf. Oh mein Gott, Leute, ich bin ganz ehrlich mit euch, mir ist so schlecht. Es ist so eng hier. Es wackelt und ruckelt. Ich hoffe nicht beim Schlafen. Das erfahrt ihr dann morgen früh. Aber wenn ich noch im Waggon weiterlaufe, muss ich mich übergeben. Okay, wir hatten doch noch Glück. Meine Kamerafrau ist durch den ganzen Zug gelaufen, um einen Duschautomaten zu finden, der nicht ausverkauft ist. Und siehe dort, wir haben ein Duschticket gekriegt für 330 Yen. Okay, wir haben tatsächlich im Waggon 3 noch eine Duschkarte gefunden. Etwas über 2 Euro, das geht klar. Ich war schon so bereit zu schlafen. Sorry. Dann lasst uns duschen gehen. Es duscht gerade jemand. Also, weil jemand gerade vor mir duscht und ich warten muss, dachte ich mir, putze ich mir schon mal die Zähne. Oh mein Gott, ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, wie krass wackelig das ist. Deutsche Bahn would never. Es ist wirklich, es fühlt sich an, als ob ich in so einem Steinzeitzug fahre. Und es wackelt mehr, als die Busfahrt von Vietnam nach Thailand. Es gibt hier auch kein Wi-Fi. Und das LTE funktioniert auch nicht. Also wirklich altmodisch, nostalgisch. Es gab natürlich auch Regeln. Und zwar, das heiße Wasser gab es nur 6 Minuten lang. Und es gab einen Start-Stop-Knopf. Man musste weise Entscheidungen treffen. Ich fand die Dusche auch sehr geräumig. Also es war sehr, sehr viel Platz. Aber, wie gesagt, es hat non-stop gewackelt. Und ich hatte 6 Minuten heißes Wasser. Ich habe genau 1 Minute und 52 geduscht. Das war die schnellste Dusche meines Lebens, weil ich wollte einfach da raus. Es gab tatsächlich auch noch einen Föhn, falls man die Haare trocknen möchte. Und Shampoo und Duschgel. Weil das einzige Manko ist natürlich, dass es dort kein Handtuch gab. Aber vielleicht ist deswegen ja auch das, was ich gerade anhabe, dafür da. Und ganz am Ende gab es einen blauen Knopf, den ich drücken musste, damit sich das Ganze wieder selber reinigt. Ich konnte natürlich nicht filmen, wie es sich selber reinigt, weil ich glaube, da spritzt ganz viel Wasser rum jetzt. Aber es dauert ungefähr eine Minute, bis die nächste Person rein kann. Was ich nur richtig weird fand, ist, dass ich mit ganz vielen Leuten Duschgel und Shampoo geteilt habe. Aber ist okay. Das war auf jeden Fall die weirdeste Dusche in meinem Leben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, an welchen weirden Orten ihr schon so geduscht habt. Okay, ich habe fertig geduscht. Das war meine Duscherfahrung. Ich habe circa noch so 5 Stunden Schlaf vor mir. Und ich wollte euch noch einiges zum Nachtzug sagen. Und zwar war der Nachtzug früher super gängig, bevor es den Shinkansen gab. Weil der ist ja super schnell. Ich meine, von Kyoto nach Tokio fährt man so etwas über 2 Stunden und mit dem Nachtzug halt 6. Was würdet ihr lieber nehmen? Ich würde den Shinkansen lieber nehmen. Aber es gab einen Grund, warum das so beliebt ist. Weil wenn man mit diesem Nachtzug fährt, dann spart man sich natürlich eine Nacht im Hotel. Man kommt ja morgens an, kann die Stadt erkunden und dann geht man Ferienwohnung oder Hotel. Vom Prinzip her ist es eigentlich ganz nice, aber ich finde preislich ist es dennoch teuer wegen 85 Euro. Da kann man hier in Japan eher den Bus nehmen. Der kostet ungefähr 3000 Yen und dauert fast genauso. Es dauert 8 Stunden. Oder ihr habt eben den JR Pass und könnt kostenlos hier fahren. Würde ich dann auch machen. Ich würde das tatsächlich ausnutzen, diesen Nachtzug, wenn ich nur so eine ganz kurze Reise in Japan habe. Wenn ich nur eine Woche Japan habe. Weil da kann man echt gut planen mit dem Nachtzug, dass man am nächsten Tag dann Kyoto und dann dahin und dahin. Macht sich eigentlich ganz gut. Und in Deutschland benutze ich tatsächlich auch sehr oft den Nachtzug, weil ich möchte gern mein Kind ins Bett bringen. Und dann gehe ich immer um 0.30 Uhr mit dem Zug nach Köln oder nach Düsseldorf oder so. Hab um 8 Uhr morgens meinen Dreh und bin dann abends wieder zu Hause. Aber das Lustige an der Deutschen Bahn ist, dass dort das Licht nie aus ist. Ich muss dann immer so meine Jacke über den Kopf stülpen. Aber es wackelt nicht. Und der Nachtzug, den ich in Deutschland benutze, hat natürlich keine Kabinen und keine Betten, sondern nur Stühle. Aber es reicht jetzt. Ich gehe schlafen. Es ist fast 2 Uhr, wie gesagt. Ich habe noch 5 Stunden vor mir. Ich muss ja noch ein gutes Review geben, wie gut ich schlafen konnte. Mir ist auf jeden Fall super schlecht. Ich hoffe, dass ich das wegschlafen kann. Bis morgen. So, meine Kamerafrau hat euch auch noch den etwas öffentlicheren Bereich gefilmt für die Leute mit den normalen Tickets. Die können nämlich auch schlafen. Aber es sieht nicht so privat aus. Sie hat hier so eine Kabine. Neben ihr liegen tatsächlich auch noch 2 Leute, die aber schon das Licht ausgemacht haben. Zurecht. Und da kann man jetzt schlafen. Und da ist überhaupt keine Trennwand. Ich meine, wenn es niemanden stört, kann man schlafen. Das bin ich am nächsten Morgen. Und ich habe gefilmt, während mein Mikrofon nicht anhisst. Gleich werde ich euch sagen, wie ich geschlafen habe. Und zwar super schlecht. Ich bin so gegen 1 Uhr schlafen gegangen, konnte aber tatsächlich erst um 4 Uhr einschlafen, weil alles so gerückelt hat. Und dann wurde ich einfach geweckt um 6 Uhr morgens, weil das der erste Stopp war. Und ich fand es einfach grauenhaft. Und mein Rücken tut weh. Und ich glaube, ich habe auch den Mount Fuji verschlafen. Aber es war eh viel zu dunkel, um den zu sehen. Wir haben jetzt gerade unseren ersten Stopp in Yokohama und es ist einfach maximal unangenehm. Aber die Leute schauen mich nicht an. Okay, Yokohama, das bedeutet, wir sind gleich in Tokio. Ich habe sehr doll Nackenschmerzen, muss ich sagen. Und so einen Hals, weil es irgendwie auch kalt war. Aber ich habe die Heizung angemacht und die Heizung hat tatsächlich irgendwie nur über die Matratze gestrahlt. Also mein Po war super heiß. Sonst war es kalt. Das Gute ist, dass die Japaner früher am Morgen immer nur mit sich selbst beschäftigt sind und ihrem Handy. Alle gucken nach unten, aber nicht zu mir. Ganz nice. Aber wie früh sind die bitte alle unterwegs? So, wir sind aktuell sieben Minuten vor Ankunft, kommen pünktlich an. Und ihr seht, es ist jetzt schon super, super hell. Und ich bin eigentlich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil wenn man so YouTube-Videos über den Nachtzug sieht, dann fanden das alle so cool. Die haben es alle so gefeiert. Und jetzt, wo ich es selber getestet habe, ist das Ergebnis eigentlich ernüchternd. Vor allem, dass der Preis ja auch ähnlich, beziehungsweise mein Zimmer mehr als ein normales Shinkansen-Ticket ist. Und Shinkansen ist halt einfach mehr als doppelt so schnell. Und im Shinkansen hat man ja auch so richtig viel Beinfreiheit. Und den Stuhl kann man so krass nach hinten ziehen, dass man eh dort voll nice schlafen kann. Es ist halt bloß im Hellen, aber Mittagsschlaf reicht ja aus. Also ich glaube wirklich, das einzige Manko ist, dass das hier so krass wackelt. Hätte es nicht gewackelt, hätte ich vielleicht auch gut geschlafen. Aber ich denke, bei uns lag es hauptsächlich daran, dass wir halt hier noch gedreht haben die erste Stunde. Und wir sind echt oft durch den Zug gelaufen. Also ihr seht bestimmt nur so ein paar Snippets. Aber wir haben viel getan, um dieses Durchticket zu kriegen. Und davon wird einem auf jeden Fall schlecht, wenn man sehr viel rumläuft. Und deswegen sind wir grundlegend auch sehr glücklich darüber, dass wir gestern nichts zu essen hatten. Weil hätte ich irgendwas gegessen, wäre ich erstmal damit beschäftigt gewesen, es in mir drin zu behalten. Also richtig nice auf leeren Magen zu sparen und zu schlafen. So, wir sehen schon langsam die ganzen Züge aus Tokio, die ganz normalen S-Bahnen. Ziehen wir mal die Schuhe an und gehen raus. So, nicht nur wir ziehen gerade unsere Schuhe an. Ich habe schon die ersten Türen öffnen hören und die ersten Wesen zeigen sich. Alle wollen raus. Also ich bin ehrlich, ich wäre jetzt nicht bereit, Tokio zu erkunden um sieben Uhr morgens. Vielleicht, wenn ich einen starken Kaffee hätte und wenn ich fünf Jahre jünger wäre. Ich habe schlechter geschlafen als mit Kind. Ich habe dich so vermisst, Tokio. Okay Leute, ich bin super glücklich, dass wir angekommen sind und ich endlich wieder Boden spüren kann, der nicht wackelt. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn das Ergebnis für mich ein bisschen ernüchternd ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das schon mal getestet habt oder testen würdet. Oder vielleicht wart ihr mal in einem Land, das einen Nachtzug anbietet. Wie war's? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss!